In unserer Bürgermeister-Serie sind wir heute in Waldürn bei Markus Günther. Schöne Grüße erstmal. Ihnen geht's gut? Ja, sehr gut. Alles noch gesund. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, in der Tat. Natürlich auch wichtig ist, dass es jetzt nach und nach vorangeht, gerade auch bei Ihnen, Waldürn ist ein touristischer Ort. Jetzt gibt es ja auch die Beschlüsse, die Gastronomie in Baden-Württemberg ab dem 18. Mai voranzubringen. Ab dem 29. Mai sollen wieder Übernachtungen möglich sein. Was ist wichtig für Ihren Ort? Was natürlich sehr wichtig ist, ist gerade Tourismus, dass der wieder im Laufe des Frühjahrs oder Sommers anläuft und die Gastronomie. Wir haben eine sehr gut funktionierende Gastronomie in Waldürn, eine sehr vielfältige. Und die ist natürlich die letzten zwei Monate sehr, sehr beeinträchtigt worden. Und das ist natürlich für uns alle, für die Bürgerinnen und Bürger eine Belastung. Wenn noch nicht in Waldürn war, sollte auf jeden Fall mal, sobald es wieder möglich ist, vorbeikommen. Sie haben viele schöne Schätze. Das haben wir schon auf unserer RON-Tour auch kennengelernt. Beispielsweise das Elfenbein-Museum. Eines nur von mehreren Museen. Wie sind Sie denn da aufgestellt? Denn klar, Hygienemaßnahmen müssen auch dort eingehalten werden. Gut, wir haben ja eine Vielzahl von Museen. Und dann ist ja jetzt gerade kurz davor, die Museen wieder zu öffnen. Wir haben unter anderem auch ein großes Museum, eines der sieben Freilag-Museen in Baden-Württemberg, das Odenwelter Freilag-Museum in Gottersdorf. Und da sind wir jetzt kurz davor, das wieder zu öffnen im Laufe der nächsten Woche. Und da werden natürlich alle hygienischen Vorschriften einzuhalten sein. Der große Vorteil ist dort, dass vieles im Freien passiert. Wir haben ja schon den Standort als Tourismusmagneten angesprochen. Auch als Wallfahrtsort ist Waldön ja weit über die Grenzen der Metropolregion hinaus bekannt. Wie blicken Sie denn auch da in die Zukunft? Ja, da sehen wir halt sehr, sehr große Bedenken. Nachdem jetzt in der letzten Woche unsere Hauptwallfahrtszeit abgesagt worden ist, ist natürlich für uns ein touristischer, aber auch ein wirtschaftlicher Faktor ganz schnell weggebrochen. Und da ist gerade unsere Beherbergungsbereiche, unsere Gastronomie sehr, sehr belastet dadurch. Und das lässt sich mit Sicherheit auch nicht im Laufe des Jahres nochmal nachholen. Diese Veranstaltung ist einfach weggebrochen. Das ist natürlich auch eine Belastung für die Bürger. Wie geht es denn den Menschen in Waldöön? Ich muss sagen, unsere Bürgerinnen und Bürger sind also sehr geduldig und halten sich auch sehr gut an die Abstands- und Hygienevorschriften. Da ist schon auch eine gewisse Solidarität mit den Einzelhandelsbetrieben, mit unserer Gastronomie natürlich vorhanden, die man auch in allen Bereichen unterstützt, dort, wo es möglich ist. Und vielleicht auch noch die Frage, denn da horcht der ein oder andere nicht immer mal nach. Wie geht es dem eigentlich den Bürgermeister? Wie geht es Ihnen in dieser Zeit? Wir sind natürlich auch in einem ganz besonderen Modus, im Krisenmodus. Wir tagen ständig, um uns zum einen auf die Zukunft vorzubereiten, um das vorzubereiten, was beim normalen Leben wieder notwendig ist. Aber vor allem darauf zu reagieren, was unsere Schulen erfordert, was letztendlich auch die ganzen Corona-Verordnungen umzusetzen sind. Ob es jetzt bei Bestattungen ist, ob es jetzt bei Veranstaltungen sind, die natürlich bei uns nicht stattfinden. Aber auch Gemeinderatssitzungen sind vorzubereiten, dort, wo es möglich ist. Wir haben in vielen Bereichen da alles im Umlaufverfahren gemacht, bei einfachen Sachen. Unser Gemeinderat ist da auch sehr, sehr verständig und das funktioniert auch sehr gut. Also auch noch einiges anzupassen für die Zukunft. Klar, das ist eine Zeit, die sich ständig bewegt. Herr Günther, haben Sie vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Ihnen auch. Bleiben Sie gesund. Ebenso. Danke.